jo leute und willkommen wieder zurück zu spark challenge immer noch mit dem flash eigentlich nicht nur immer noch das wird auf jeden fall so bleiben weil zusammen bringt mehr spaß aufzunehmen wir haben unser fun immer was willst du denn auch allein hast kein mit keinem reden dann bist du so allein wow you are alone naja du bist für immer allein das stimmt ja alles wirft den plan euch durcheinander das ist wirklich ein baum auf ein stückchen am schweben auf diesen trick das ist natürlich geil so nächste wüste ladies and gentlemen wie gesagt das wollte mal rausgenommen also gefixt alles aber jetzt ist das doch wieder mit drin kann man nicht an den neuen gebieten liegen ich schwebe in den inseln dass da irgendwo fehler sich eingeschlichen hat kannst du auch nichts gegen machen muss halt so ne musst du dir halt wieder fixen dann muss es halt wieder nicht und dann wieder hier und dann wieder doch und da war ich ehrlich das stört keinen so will wirklich finde ich ne ich habe schon wieder jetzt habe ich auch eine schäbende insel was jedoch nicht das sieht lustig aus aber stört kein er ist aber riesig ach du heilige grotte hast du hast alpen gefunden ja ach du scheiße und ich muss jetzt genau hin durch flash der berg kletterer ich schleiche mich unten halten und zu sehen toll und ich dachte du bist jetzt zum flash der bergsteiger der alben wie heißt das hier der alten oder so ne keine ahnung der alten movie ich schleiche mich unten durch die schlucht durch ich hab dich gefunden esel wo hey du bist der monkey an den danke bist du der donkey du bist der ese nicht ich gesundheit danke ist noch keinem passiert ne was war man spontaner nieder ich hab doch schon gemerkt keine lust kaum das passiert fängt schon wieder an ja cool das ist schon wieder im nächsten haus ich bin jetzt auch wieder in so ein dunkelholz misst zeug hier ist doch nicht wahr alter kein dschungel ne ne dunkelholzkacke aber ich weiß jetzt schon das hat voll übersteuert es ging bei mir also es war nur so ein lottes ja bei dir aber bei mir hat das auf jeden fall übersteuert da musst du gleich mal reinhören da muss ich die stelle auch raussuchen dann muss ich das ein bisschen leiser machen irgendwas mit zwei minuten zu anfang so das kribbeln eben schon gemerkt aber ich hatte keine lust zu muten das kribbeln schon gemerkt hört sich ein bisschen komisch an du bist komisch du bist komisch warum gibt es keinen dschungel biome mehr wollen mich verarschen hier doch noch kein gefunden ne man kann so viel suchen wie man will irgendwie ich laufe die ganze hüpfel ganze zeit schon ich verbrauch mein essen das ist unglaublich ja ich auch aber wenn er noch eine wüste aber solange man noch genügend essen hat ist das ja egal also noch sind kühe sind ja auch noch unterwegs hier schon wieder kein nachher komm schmeißt du noch eine schnitte rein hier schnitte 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 schnitt alten dinge ja ich kann da immer außen rumlaufen ich bin dazu voll aber die alpen gehen über die wolken weißt du was zum kotzen dieses gebiet hier und finde auch anderen riesen berge die berge die wochen wo du schnee schon sehen kannst aber die anderen gehen da bis zu wolken oder ja ich weiß aber sowas habe ich noch nicht solche habe ich noch nicht gefunden schon wieder ein hexenhaus 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 knusper das hexenhaus ist hier was unten aber ich bin dschungelfin echt ach nicht nur du aber ich renne die ganze zeit nur geradeaus ja und ich gehe mal gerade in die höhle rein vielleicht ist hier irgendwas interessantes aber ich glaube eher weniger na hexe bist du zu hause ich baue mal einfach den boden weg du nett die findet dich und dann das sind doppelboden drin toll und dann zerreißt du dich in der luft ja und dich auch hinterher weil ich ein netter mensch bin machst du das nicht nein bist du nicht doch du bist vielleicht der böse war schon geist ne ach das war nur eine workbench die da noch stand aber hexe ist nicht zu hause glaubt das wird gleich wieder dunkel ne ja so langsam ja bei mir auch jetzt tauchen bei mir die berge auf aber richtig jetzt ein kleines zentos der bergsteiger für spaß oder lösch zwischendurch wenn du zwei hast naja das sieht ganz schwer aus oder außenrum ach du scheiße ist geil ne alten sind zum kotzen ja marcy du affe mein bruder wird und er hat mich immer bitch gesagt ich habe das hat sich affe angehört er hat sich doch nur lieb der will doch auch nur in der aufnahme sein ja ich weiß wie jedes mal ne ja ist ja nichts neues nimm doch einfach mal einer an der hand und lassen setzen neben dir ich kann dich aber informieren wir haben ja fast die gleiche zeit 630 640 645 also acht minuten noch ungefähr jetzt ungefähr ja das ist ja meist 1 sekunden mehr ich hab mal wieder eingeschaltet ist dann passt das erst schon mal bieten nur birkenholz bald gesehen ja krass bisschen dann vorbeigelaufen sind ja nicht nur diese kleinen dinge sind jetzt richtig diese richtigen so schlafen legen dunkelholz gebiet nervig und kein jongle ich laufe jetzt erstmal tageweise nicht den berg hoch wo spawnt man eigentlich wenn man stirbt jetzt gleich wenn ich jetzt schon im bett geschlafen wenn beim hauenpunkt oder was da wo du das bett abgehört am bett stehen an das wo du gerade gepennt hast okay außer du hast es wieder abgebaut dann spawns beim ich habe es abgebaut von point alles klar falls ich sterbe oder so oder ich bin zu faul wieder zurück zu laufen weil zu lange folgen dauert außer du hast zu viele sachen bei denen das geht eisenspielzakke angel verzauberter angel aber sonst essen gut kann ich mir fahren wieder das ist jetzt essen gut alles gut essen gut alles gut boah das sieht ja auch mal geil aus ich will doch nur einen dschungel haben ich auch meine rippe aber irgendwie nein mein fuß ist eingeschlafen aber irgendwie glaube ich werde das in diesem jahrhundert nichts mehr aber ich muss das noch finden obwohl nächste woche vielleicht noch mal start machen dann werden wir wieder verfolgen wir müssen auf jeden fall dass wir über silvester was aufnehmen das ist natürlich sonst blöd voll große alpenregion hier überhaupt für die großen berge wo wie komme ich jetzt runter einfach immer runter purzeln lassen so klocklock ja muss aber erst mal weg finden wo man das machen kann jetzt bist du ganz schnell tot hast keine spitzhacke mit doch aber ich finde hier schon wege gerade wollen die eigentlich wirklich veräppeln ja schon toll findest du ein villager dorf unglaublich wenigstens mit schmiede brauchst du nicht so was ein mit äpfeln der hat melonen was willst du denn haben du willst ein smaragd haben verdammt braucht jemand hier ja du hast ja immer noch keine melonen nein ich bin ja gestorben ich bin ja gerade gucken ob ich irgendeinen finde der hier weizen tauschen möchte oder ist jetzt erst mal voll in die schlucht eingefallen nein die fallen alle in die schlucht dran sind die blöd und genau der mit der melone hinterher ist das schon wieder ärgerlich mit weizen hier wenigstens hättest du mal abspüren müssen nicht jetzt da der tauscht mir ein mw gegen 20 weizen 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 immer bärenden hier im dritten geht ihr mir auf den keks ha 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 ouch boah wo ist denn so ein scheiss dschungel echt jetzt weizen 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 komm ich brauch nur die melonen stückchen nur die melonen ich brauch einen dummen dschungel Ich brauche auch Hunde endlich Ey, die findest du auch in anderen Biomen Zähne Ja, aber durch so viele Biome Wie ich jetzt schon gerannt bin Ja, tröste dich Das ist schlimm Hey, weil du jetzt kein Weizen rausgekommen Hast du auch ein Weizen rausgekommen Bei welchen Koordinaten bin ich denn jetzt schon? Ui X4364 Und Z439 Oh, das ist ein bisschen weit, ne? Mhm, ich bin ganz schön weit schon gerannt Ich bin bei minus 287 Meine Koordinaten Schön, ne? Nein, zerfolge mich die Schafe hier mal Weil ich das Weizen in der Hand hatte Vier Minuten noch Ja, und ich brauche noch ein Weizen, komm schon Komm schon Mäh Mäh Ey, das ist nicht wahr Muss ich jetzt hier ernsthaft ein Weizen suchen? Ja, musst du Wollte schon sagen, cool, du hast eine Savanne Aber ist ja nicht Weil dann hast du mehr Glück, einen Dschungel zu finden Naja Klatsch Ja, doch schon Genau wie mit dem Schneebium, ne? Grenzt nach keins dran, was ist Kurze Zeit später Verdammt Ja, aber du hast schon ein bisschen mehr Glück, einen zu finden dann Natürlich, natürlich, natürlich Hm Ach ja Ohhhh Weizen wird irgendeins hier fällig Wir haben nur noch drei Minuten Boi, ja Müssen wir mich doch ernsthaft verarschen hier Gar, Karotten noch abbauen Kann man immer noch zu essen kommen Und wetten, wenn ich woanders lang gerannt wäre dann noch zwischendurch, dann hätte ich bestimmt schon länger gefunden Naja Ich hab jetzt auch in eine andere Richtung gelaufen Aber ich renne ja schon die ganze Zeit gerade aus Ja, 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 ja Jetzt darf der bloß nicht runtergefallen sein Der blöde Villager Dann raste ich ihn nochmal aus Geh brennend, Schwein So, haupt ihn in die Lava wie Schubs Oh, du lebst da noch Bleib da schön am Leben Du bist der mit den Emerald Ach ja Und du gibst mir für die Emerald erstmal die Melonen Dankeschön Ach man, ich will den Dschungel finden Und ich hab jetzt endlich Melonen Bist ne Melone Musst dir nur noch Reihen nach Hause bringen Ja Das heißt also nicht sterben Das ist natürlich jetzt Ne super Aktion Weil die müssen zu Hause gezeft sein Also heißt es nur nicht abhaken Ich muss jetzt immer warten Jep Ah, kea, 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 kea Schon wieder Kürbisse So, Schwert in der Hand Und let's go Dann findest du so viele Kürbisse, ne? Eine Schlucht Hä? Ja, 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 wie soll ich denn da rücken Okay, da hinten Ja, sonst waren auch Kürbisse richtig selten Ja Können sie auch nur den Können sie auch nur finden Stimmt schon, aber so häufig Ist doch betrieben Ich würde gerne einen Sattel unterwegs finden Und dann würde ich mir nochmal ein Pferd sehen Ach nö, nicht schon wieder Alpen Will ich nicht Oh, Dunkelholzgebiet Ey, ich krieg doch ein Rappel Ach, die Leck kommen die letzte Minute Die lauf ich jetzt auch nur noch Ich lauf jetzt nicht mehr zurück Die lohnt sich auch nicht mehr Ja, ich mach nichts anderes Seit den letzten Folgen Das sind die super Das sind die besten Folgen aller Zeiten Oh, ich schwöre nicht Und bloß nicht die Melonen essen Schwöre nicht Ich schwöre nicht Ein Dschungel Ein Dschungel Du bist ein Arsch Yeah Geil Arschgeil, geil Ich hab ein Dschungel Verdammter Mist Schleck mal Schleck mal Weißt du, was schlimm ist? Jetzt müssten da keine Katzen drin sein Ja, das wär schlimm, ja Oh, oh Ein Dschungel Ich liebe dich Nicht Ich dich nicht Nimm noch 30 Sekunden Ja Können meinetwegen aber gleich noch einen aufnehmen Musst du da hin oder wie ist das? Ja, nee Um 4 erst Also der ist um 4 da Und dann fahren wir los Also Was kriegt man eigentlich, wenn man ein Pferd kriegt? Leder Leder Cool Leder Jo, wie viel haben wir noch bei dir? 9 Sekunden 7 Ja, okay Dann geh ich mal raus Ja Dann bedanken wir uns nochmal fürs Zugucken Wie sonst immer auch Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschau 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 Tschau